Hey Leute. Herzlich Willkommen für eine neue Runde Battlefield 3. Mal wieder. Ne was war das? Nosher Kanäle. Eroberung groß. Oh oh oh. Das war jetzt schon besser. Mal hatte Battlefield 3. Oh oh. Tschüss Leute. Wir könnten mich mal auf dem Arsch legen. Ich habe das Gefühl, die Maus hat sich irgendwie wieder verstellt, ey. Das ist ein bisschen kürz. Ich kann dann auch nie zocken. Ja, okay, die Maus hat sich... Alter, aber das ist wieder zu stark, habe ich das Gefühl. Mach ein ganz bisschen runter. Ja, wie denn? Um den Einstellungen. Sag mal, wo war denn das in der Options, äh, Mausempfindlichkeit? Genau da. LOL, jetzt habe ich auch so selbst aufgegangen. Scheiße. Gehst du gerade vor meiner Leiche? Hm, hm. What the fuck? Oh mein Gott, das ist ja noch schlimmer. Hier ist ein feindlicher Heli. Wow. Ja, ich muss da noch mal ein bisschen. Ja. Das scheint schon besser zu sein. Na, Kumpel. Na. Wow. Unterstütz mich, hilf mir. Musst du hin. Ich bin in Richtung B. Ja, ich weiß, Moment, ja. Kann ich wiederbeleben. Ich lebe noch. Ja, wenn. Wow, wow, wow. Der Stand der mit dem Stand der M.G. Okay. Kommst du zu mir mit dem Buggy? Vielleicht können wir ein bisschen den Heli planten. Ja, wenn du mich ans Geschütz lässt, gerne. Ja. Alter, der ist ja schon fast down, der Buggy. Ja, da macht 60%. Okay, wo ist denn der Heli? Da. Warte mal. Hast du den gesehen? Der lag da. Ja, ich bin... Wow. Ich weiß von wo. Raus. Raus. Da, 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 da. Hab ihn. Kannst wieder reinkommen. Nee. Der hat noch 39% der Erweiterung. Ja, okay, er verliert an... Ja. Wäre ich mal rausgegangen. Scheiße. Ich komme zu dir. Bist du da? Trauke? Ja, der hat das Ding zerstört. Warte, ich habe wieder einen neuen Buggy. Diesmal vervorsichtig. Ich sag dir, wenn ich jemanden sehe, halt an, ne? Halt an! Okay, warte, er ist tot. Hier sind mehr. Hinter uns. Das war dieses große Fahrzeug. Ja, die haben da eine ganz große, oder? Ja, Alter, ist ehrlich so. Und 20 Stück von hinten da drum. Ja, ich muss mal wieder das Minipack auswählen. Ich habe vorhin ein bisschen mit dem Granat herforscht. No, du noob. Ja, die Sturzen. Ab zur A. Das ist unser, okay. Ich gehe mal ein bisschen, wie du sagst, das Ding planten. Was? Das kann ich machen. Oh, ich weiß, das ist Maximum pisst. Maximum pisst. Sag das bitte nicht. Loll, Mann, das Ding ist down. Das Amtrak-Ding. So, jetzt erstmal schön als Pionier. Ne, ne, Versorger war das. Ne, Pionier. Mongo. Ja, schön mit der UMP. Oh, Scheiße. Ich habe jetzt zum Glück schon die A91. Komm, es kommt zurück, oh, baby. Ja. Ähm, UMP, sagst du? Die ist ganz nice. Ja, Lukas macht das eine Luftwaffe. Lukas, hast du mit dem gezockt? Ne, aber wenn du nach Schule bist, du über Bett fliehst mit dem Quatsch. Was hast du denn... Wie seid ihr denn da auf die UMP gekommen? Ja, wir haben so ein bisschen über die Waffen gesprochen. Also verstehst du dich doch ganz gut mit dem? Ja. So schlimm ist der nicht, ne? Hab ich doch auch scheiße. Lol. Wie denn... Alter, wie viel, wie viel... Frisst der Typ denn? Boot. Pass auf, da. Mal, wir auch jetzt als Pionierboden trennen. Was für eine Rude. Hab ich das Boot nicht... Ja, Alter, ich hab das Boot nicht down gekriegt. Da ist ein... Irgendein Tank... Nein! Ja. Ja, ich mach den Tank down. Hoffe ich. PANG! Nein. Ich weiß nicht. Ah, ich wurde wiederbelebt. Aus irgendeinem Grund auch immer, Alter. Wow. Oh nein. Oh mein Gott. Wie kann man mich denn hier wiederbeleben? Moritz, hast du Heilung? Nein, hast du nicht. Hast du auch die blaue Tarnung an der UMP? Da ist doch einer im Wasser. Wo denn? Da hat gerade einer... Da ist gerade einer gerungen. Von hinten. Hä, wo sind die? Ach, wir werden von der Viper hier. Ja. Das hab ich mal zu ernten. Boah, Alter, wie sie hier alle drauf gehen, ey. Pfff. Alter. Die räumt hier richtig, aber pass auf. Nein. Ja, ich weiß, aber ich versuch jetzt auch das Ding mal down zu kriegen. Nein. Boah, jetzt hab ich schon wieder so einen scheiß Schnarki in meinem Smiley. Boah. Verpiss dich, du Fickviech. Fickviech? Ja, Fickviech. So, jetzt dreht... Warte, jetzt dreht das Ding seine Runde. Gleich... Gleich... Mit der... Mit der RPG, ja. Da kommt noch so ein Truppen-Heli. Ja, ich bin down von der Viper. Ja, ich auch. Ich bin down. Nimm mal den Javelin, ja. Javelin, da muss aber ein Sniper das Ding markieren. Ja, okay. Machst du das? Ja, ich markiere. Ja, sofort. Sagst du mir, wenn du das Ding markiert hast, ja? Ja, warte. Wo sie denn? Da. Lol. Loll. Alter. Hast du? Nein. Ich kämpfe gerade gegen drei oder... Und ich bin down. Wo bist du denn? Ja, Mann, ich hab mich da irgendwo hingelegt, ey. Lol. Boah, fuck, ey. Ich konnte hier gar nichts ausrichten. Nee, ich geh wieder als Pionier rein. Dann kann das Ding aber niemand markieren. Na, wir kriegen die auch so noch down. Ja, sicher. Die UMP hat mir einfach zu wenig Schuss, ey. Ja, aber die ist stark. Ja. Ja. Ich glaube, ich spiele wieder mit der ACWR. Dann hole ich jetzt eben mein Igler-Ding. Sie... Wo ist denn jetzt? Boah, Alter, ich war sofort weg. Nein, das, Alter, das kann nicht. Von so'n Sniper? Nee. Ja, obwohl kann sein, dass... Ja, aber ein Sniper. So, wo ist er jetzt? Markierst du das Teil? Nee, ich hab, ähm... So'ne Luftabwehr-Rakete. Die müsstest du auch haben. Ja, aber die visiert doch nicht an, oder? Klar, die Igler. Ach ja, hier. Na! Alter, wir räumten hier grad unser Haus so auseinander. Nee, der nicht. Von der anderen Seite. Ich krieg hier Schaden! So. Hier ist die Viper. Ich hab's gekampf und fähig gemacht! Ich... Ich konnte nicht mehr abdrücken. Da hat sie mich... Da hat sie mich schon down gemacht. Jetzt... Der landet und repariert das Teil. Oh, was für... Nein, ist er nicht. Ah, was für ein Spacko. Aber wieso kann ich dem nicht beitreten? Jetzt... Der repariert das Teil, ne? Ja, ich weiß. Da ist sie wieder. Du musst auch. Wir müssen gleichzeitig. Dann wird das was. Boah, wenn er sofort auf mich ballert! Ich hab... Ich hab ihm, glaub ich, einen reingedrückt. Weißt du, was der für einen Score hat? Na? 25-2. Ja, der kann's, glaub ich, anscheinend. Okay, warte, du nimmst jetzt noch mal deinen Javelin. Ja. Okay. Weil das Ding macht... Ist viel... Ist viel stärker. Wo ist denn das Ding? Wo ist denn das Ding? Das kann nicht. Ich wurde von dem, äh, hier. Von dem Dings. Oh, das kann nicht. Warte. Von dem Schiff, ne? Ja, genau. Von dem Schiff. Da sitzt der Lichterland, der Sniper. Warte, ich suche mir jetzt noch mal einen neuen Punkt, wo ich das Teil aufstelle. Das ist der Flame. Und dann versuch ich noch mal zu schicken. Okay. Das SKS ist richtig heftig, Mann. Wo ist sie denn? Ist sie jetzt da? Nee. Die ist hier direkt. Nee, das ist eine freundliche. Viper. Ich wurde gemessert. Ich weiß aber, wo du warst. Ungefähr. Ja, weiß ich. Oh. Oh, ich muss auf. Warte. Ja, ich gehe jetzt als Sniper. Sniper. Sniper, lol. Hatte ich gerade immer einen Standbild, Freunde. So. Freunde. 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 Egal, ich Sniper hier gerne. Was habe ich denn für Visiere? Loll. Bei der Igler ist das so geil, ne? Wenn die ihr Raket abschießt. Nur fliegt erst einmal so nach oben. Das ist bei der Javelin. Nein, bei der Igler auch. Jetzt habe ich so ein dummes Nachtsichtvisier. Das ist doch zu weit weg, ey. Erkennst du kaum was. Aaaaaah. Komm schon. Alter, die Rakete. Nicht dem Jet hinterher. Und bam. Ey, Moritz. Ich habe ein Dings. Ich habe ein Buggy. Ja, gleich. Lol. Lol, die ist ein Gegner. Wo? Hier. Wollen wir ihn dann nehmen? Da unten. Oh. Oh. Der down? Da ist noch einer. Ich brauche ein anderes Visier. Oder ich spiele einfach wie der P... Ja. Ich kann ja gucken, was hier schon markiert ist. Und noch einen in die Viper. Ja, heißt nicht, dass das Ding trifft. Abgelenkt. Alter. Auf mich wird von sonst wo gesnipert. Ja. Wo? Wo? Aber hier unten ist doch ein Fußsoldat. Hier ist ein Buggy. Hier ist ein Pionier auch. Boah. Ja, hier ist ein Buggy rein, ey. Ja. Rushnitz B. Und ich habe nicht mal nachgeladen. Da. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Sofort. Okay. Weiter. Warte, bleib stehen. Ich hole die Viper. Ne, das funktioniert nicht. Warte, bleib. Dann bleib stehen kurz. Machst du? Nein. Ich wurde rausgesniped. Gib Stoff. Gib Stoff. Ich spawn wieder dir. Okay, du bist draußen. Oh. Und ich habe es auf dem Video. Ja, ich auch. Wie jung gebracht wurde. Ah, scheiße, ey. Der kam auf einmal so schnell an die Ecke. Wartet, ey. Ich gehe in die Heli rein. Schön. Boah, ich bin auch im Gym. Gehe, ey. Oh, geil. Ich könnte hier schwönen. Hier ist einer. Soll ich das mal machen? Oh nein. Ich wirks nicht. Das einzige, was ich schaffe, abzusnipen. Den, die feindlichen Minen. Boah, Alter. Boah, ich kann so nicht schießen, Kollege. Boah, ich habe auch keinen Timer gestellt für die Runde. Na und? Spielen, bis die Schlacht vorbei ist. Das dauert aber. Na gut, dauert nicht mehr. Aber die da zu rennen und hochzuladen, ne? Das geht nicht gut. Das ist halt auch. Alter. Kann ich die Position wechseln? Ich will die Position wechseln. Hä, in welchem Heli? In dem großen, äh... Komm schon! Äh, ja. Du musst den Pionier mal ein bisschen länger hin. Hm. Du musst immer den... Ich glaube, ich Mörser eine Runde. Oh, wo bist denn du hier? Ich habe einen kleinen Schuss auf die Biber ab. Ich weiß nicht, ob er trifft, aber... Warum keinen großen? Lol. Von wo denn bitte? Ja. Ja, das war's. Oh, lol. Der Oral, wie ich die nicht gesehen habe, ey. Ja, guck doch. Ich will einen Schluck trinken. Hier fällt... Ne, wir gewinnen. Hey, stopp in die Position! Warum kann ich die kennen? Hä, warum kann ich die kennen? Gott sei Dank. Ach, das ist... Ich bin in unserer Base gespawnt. Dumme Scheiße. Du bist ein echter King, Jonas. Weißt du, was ich cool finden würde? Ohne Base, ne? Bei solchen Runden. Auch ohne Base. Ey. Dann würde sich das Schlachtfeld immer so umändern. Das wäre ganz cool. Oh. Alter. Bleib ruhig. Ja, ist grad kacke. Ruhig. Guck dir mal meine KD an. Ruhig. Ja, okay, das ist schlecht. Nein. Das war ein Spaß. Ja, weil ich die ganze Zeit von der Viper weggefickt werde. Und von irgendwelchen Leuten. Ja, so klar wie es ist. Außer sich in ihre Ecke zu campen. Oder es ist ein Tank, sagt man das. Kann ich mit dem Tank auch auf die Dings? Äh, mit der Igler. Was? Und der Tank ist down. Bin ich mal ausgestiegen? Nö. Boah, jetzt könnt ihr ja theoretisch den feindlichen Tank reparieren, ne? Den feindlichen? Geht das? Nein. Ja, so einen kaputten Tank. Dafür kriegst du keine Punkte. Ja, einen kaputten, zerstörten Tank. Den kann ich nicht mehr rübergehend, ne? Nein. Bullshit. Wenn das Ding komplett für den Arsch ist, nicht. Von hier aus könnte man geiles sein. Mann, älter. Das kann ja nicht wahr sein. Ich bin gerade falsch. Lol. Wer hat hier noch einen Mörser? Ich soll da abhauen. Mots, wo bist du? Ich komme! Pango. Alter, liegst du da auf dem... Ha, du wurdest weggesnipet. Nein. Gemörsert. Oh Gott, was für ein Scheiß. Was für ne Runde. Naja, für mich eigentlich ganz okay, aber... Ja, halt die Fresse. 4 zu 16, guck dir das an. Na dann. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Ciao.